Wir stehen in diesen Tagen vor großen Herausforderungen. Unsere Gesellschaft muss mehr denn je zusammenstehen und der verbindende Möge, alle Risse und Spaltungen hier und hier zu überwinden. Der Kampf gegen das Coronavirus bringt aber auch ans Licht, wer die Helden und wer die Hasardeure unserer Gemeinschaft sind. Helden sind alle die, die jetzt die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten und dem Gesundheitswesen Leben retten und Zuversicht spenden. All die Menschen, die mit ihrem Arbeitseinsatz die eigene und sogar die Gesundheit ihrer Familie riskieren, um unsere Versorgung zu sichern, sähe es im Supermarkt, an der Kasse oder bei dem Müllabfuhr. Die Streifenpolizisten, die Krankenschwester, die Altshelferinnen, der Busfahrer, sie alle können sich nicht in Homeoffice bequem zurückziehen. Da sind die meist völlig unterbezahlten Helden dieser unserer Tage. All die Feinde unserer Gemeinschaft sind aber die Spekulanten, die sie zu gerne Investmentbanker nennen, wobei ihr Handeln weder mit Investments noch mit dem klassischen Verständnis des Berufs des Bankers etwas zu tun hat. Weil sie unserer Gesellschaft, unserer Gemeinschaft massive Schäden zufügen. Sie setzen jetzt sicher sitzend in Bequem in ihre Homeoffice und verdienen Milliarden damit, in diesen schweren Zeiten auch den Verfall der Kurse an alle unsere Börsen zu setzen. Und wir sie verniedlichen jetzt sagen, wir setzen auf Shorting, also auf fallende Kurse. Es ist auch eine Folge der Gier, dieser Spekulanten, dass wir jetzt nicht genügend Betten in unserer Krankenhäuser haben. Dass durch die Umwandlung der kommunalen Krankenhäuser in Aktiengesellschaften in den letzten zwei Jahrzehnten und dem Betten, auch der Intensivbettenabbau, jetzt die Kapazitäten fehlen, die dringend nötigst gebraucht werden. Die Corona-Krise zeigt drastisch und dramatisch, wer heute systemrelevant genannt werden darf. Wer sind die Berufsgruppen, die seit Jahren unter geringer Wertschätzung und geringer Bruttolünder ihre Arbeit verrichten und wer ist völlig überflüssig bei kein gesellschaftlicher Mehrwertschaft. Wenn wir weiterhin zulassen, dass Geld computergesteuert schneller Geld generiert, als der menschliche Arbeit es jemals leisten kann, wird die Spaltung in unserer Gesellschaft und die Ungerechtigkeit immer größer und damit werden auch die Ränder immer stärker. Wir dürfen in Deutschland den Primat von Gier und Casino-Kapitalismus, der sogar aus der Corona-Krise jetzt noch Profit generiert, nicht länger zulassen. Achtsamkeit, Menschlichkeit müssen wieder die Prämissen unseres Handelns werden. Liebe Frau Dr. Merkel, folgen Sie bitte unseren Nachbarn. Unsere europäischen Nachbarn haben es bereits verboten. Und verbieten Sie auch bitte heute noch das Wetten auf fallende Kurse. Wetten auf die Zerstörung unserer Wirtschaft. Nicht die Finanzmärkte sollten das Geschehen bestimmen, sondern Menschlichkeit, Achtsamkeit. Jetzt ist die Pandemie da und wir dürfen alle Angst vor diesem Virus haben. Außer derjenigen, die im Kampf gegen das Virus im Einsatz sind. Deshalb mein tiefster Respekt, meine tiefste Anerkennung und Dankbarkeit für die Krankenschwester, für die Pfleger und für alle anderen, die uns helfen, diese Krise zu überstehen. Und meine tiefste Verachtung für die Spekulanten, die sich zu gerne Investmentbänken nehmen. Und damit jetzt selbst in dieser schlimmsten Krise jährlich auf fallende Kurse setzen. Und damit jetzt schon wiederholen Sie die Pfleger und die Pfleger und die Pfleger und die Pfleger.